Neuer Sachsen-Monitor Der jährliche Sachsen-Monitor zeigt, dass die Sachsen mit ihrer persönlichen Situation zufrieden sind. Allerdings hegen viele weitere Sentiments, insbesondere gegen Ausländer. Der Umfrage zufolge halten mit 56% der Befragten auch weiter mehr als die Hälfte Deutschland für gefährlich überfremdet. Im vergangenen Jahr waren es geringfügig mehr. Allerdings wird diese Überfremdung nur von 15% auch im persönlichen Umfeld empfunden. Die Asylpolitik wird am häufigsten als wichtigstes Problem in Sachsen genannt. Leicht zugenommen haben homophobe Einstellungen, mehr als jeder Dritte hält eine gleichgeschlechtliche Beziehung für unnatürlich. Und 15% sehen die Deutschen anderen Völkern von Natur aus überlegen. Wir dürfen nicht nachlassen in unserem Bemühen, Extremismus zurückzudrängen und die Menschen für das freiheitliche und demokratische Gemeinwesen zu gewinnen, sagte Staatskanzlei-Chef Fritz Jeckel, CDU. Laut Umfrage sind die Sachsen mit den eigenen Lebensumständen und der wirtschaftlichen Situation außerordentlich zufrieden. Gewachsen sei seit der letzten Erhebung zudem das Vertrauen in die Demokratie und die staatlichen Institutionen, wenngleich auch weiterhin deutliche Skepsis gegenüber Parteien und Behörden verzeichnet wird, sagte Reinhard Schlinkert von die MAP. Das Meinungsforschungsinstitut hatte im Sommer 1006 repräsentativ ausgewählte Erwachsene in Sachsen befragt. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir bei bestimmten Themen und bei erhöhtem Aufkommen die Kommentarfunktion nicht zur Verfügung stellen. Warum das so ist, erfahren Sie in einer Stellungnahme der Chefredaktion. Redaktion